Liebe Spobis-Freunde, ich bin jetzt in der letzten Talkrunde hier von der Speakers Lounge und zwar mein letzter Gast Erik Johansen im 8. Gold geholt 2012 in London. Vor zwei Jahren in Rio Silber gewonnen und jetzt hier auf der Couch, Thema Spobis, haben wir auch uns hier einige Fragen ausgedacht für dich und freuen uns auf den Talk mit dir. Fangen wir auch gleich mal an Erik. Erik, wie schätzt du die Social-Media-Potenziale für Athleten in Deutschland ein, die nicht aus dem Fußball kommen, natürlich mehr aus deiner Sportart oder Sportarten? Ja, für viele Athleten bei uns im Olympischen Sportarten ist es natürlich nicht immer ganz einfach, sich so professionell aufzustellen, besonders aus finanzieller Sicht, dass man sich zu 100% auf den Sport konzentrieren kann. Viele von uns studieren nebenbei, müssen sich auf die berufliche Zukunft danach auch vorbereiten, weil wir halt nicht so viel Geld generieren können in unseren Sportarten, aber Social-Media bietet natürlich ganz besondere Möglichkeiten, sich auch regional, was dann ja auch eher für uns die abgezielte Reichweite dann auch ist in unseren Sportarten, in unseren Regionen, wo wir dann vielleicht ein bisschen bekannter sind, dann die Social-Media auch zu nutzen, um dann vielleicht auch den Mittelstand anzusprechen, um Konzepte auszuarbeiten und dann ja, den richtigen Content zu erarbeiten, um dann auch das gezielte Publikum auch anzusprechen und darüber dann auch den einen oder anderen Sponsor zu gewinnen. Dazu passt dann auch ganz gut die zweite Frage. Wie ist das Know-how von euch Olympischen Sportlern und Athleten zum Thema Social Media allgemein? Werdet ihr von Verbänden, Vereinen zum Umgang und Möglichkeiten gebrieft oder unterstützt? Du hast es ja gerade schon angedeutet, dass es da natürlich weniger Ressourcen gibt, aber vielleicht dazu nochmal ein bisschen weiter? Ja, also die Verbände sind leider noch nicht ganz so professionell aufgestellt, dass man da jetzt wirklich schon Media-Directors hat oder Beauftragte für den Mediabereich. Das ist eher dann noch in den Startschuhen, das wird so lange nach und nach angeschoben. Es ist doch sehr, sehr viel Ehrenamt und da ist es natürlich mehr, lastet die Last mehr auf den Schultern der Athleten und viele von denen haben sich damit jetzt natürlich viele junge Sportler schon länger damit auseinandergesetzt und es ist ganz unterschiedlich. Es gibt Sportler, die sind schon seit zehn Jahren da aktiv und andere, die jetzt natürlich nach und nach erst dazugekommen sind und so sind natürlich dann auch die Erfahrungen und ja auch das Know-how in diesem ganzen Bereich sehr unterschiedlich. Aber ich denke schon, dass viele das Potenzial erkannt haben. In der heutigen Zeit ist nun mal der Großteil der Menschen auch auf Social Media Kanälen unterwegs und die will man natürlich auch ansprechen und dieses Potenzial auch einfach nutzen. Auf diese Antwort habe ich auch so ein bisschen gehofft. Und du weißt ein bisschen warum, weil mit Eric haben wir uns natürlich auch schon vorher getroffen, kennen uns auch schon jetzt ein paar Tage. Eric kennt mein Produkt PICU, also meine App, die ich launche, Group Story Network. Deshalb auch zur letzten Frage, könntest du dir vorstellen, dass über die Apps wie PICU neue Potenziale für Athleten entstehen, gerade für Sportarten, ich sage mal, wie auch für mich, der prinzipiell interessiert ist, aber viel zu wenig Content eben bekommt oder wo habe ich Zugriff, gebündelten Content zu bekommen für eben solche Sportarten, die ja mit prinzipiell sehr, sehr viel Content möglich sind, zu kommunizieren. Könnte da PICU eine Unterstützung sein oder eine Plattform, die euch dazu sagen könnte als Sportler? Ja, total. Also wir kennen uns jetzt ja schon ein bisschen und kennen auch deine App, die neue App, die jetzt ja gerade neu auf dem Markt ist. Und ich glaube, dass es eine ganz, ganz tolle Möglichkeit ist für olympische Sportarten. Die Emotionen stehen im Vordergrund. Es ist kein kommerzieller Sport in erster Linie, sondern es spricht natürlich explizit auch sportbegeisterte Menschen an, die die Sportvielfalt lieben. Und da kann man sich natürlich schon vorstellen, so gewisse Communities dann auch anzusprechen. Und das ist ja auch gerade das Ziel, dass man sich als Mannschaft dort auch präsentieren kann. Und wenn ich mich jetzt in unser Sportart, wir als Ruderachter, könnten dort natürlich als Gruppe dann noch auftreten und ganz anderen Content schaffen und auch noch viel stärker mit den Fans dann auch in Kontakt kommen und auch so, ja, glaube ich, noch attraktiver werden und so auch neue Potenziale entdecken und wecken können. Das heißt, du siehst dann auch eben, wie du es gerade gesagt hast, die Chance eben mit dem Achter, was ja für mich mega spannend ist, wie sind eure Tagesabläufe? Wie sieht so ein Training aus? Wie challenged ihr euch? Wie ist so ein Training? Wie ist es drumherum? Ja, und das ist die Chance, die wir auf jeden Fall, wo ich dir jetzt schon sagen kann, wenn du diese Public Group machst mit deinem Achter, wo es dann auch Möglichkeiten gibt, eben einige Follower hoffentlich zu bekommen, weil wir das ein bisschen pushen können und eventuell dann natürlich auch authentische Vermarktungsmöglichkeiten für euch Sportler, weil viele wissen ja, im Fußball, denen geht es ja gut, aber es gibt andere Sportarten, die genauso viel und teilweise mehr abverlangen, wo alles gebraucht wird. Und ich glaube, da könnte ja die Plattform vielleicht auch helfen, eben diesen Achter den Menschen nochmal näher zu bringen. Also sag Bescheid, wenn du bereit bist. Wir freuen uns auf jede Public Group, die irgendwie einen coolen, authentischen, ehrlichen Inhalt macht und wir stehen auf jeden Fall bereit, Erik. Bevor wir jetzt schon die Runde beenden, vielleicht nochmal für die Leute da draußen, für die Sportfans da draußen, wie ist dein aktueller Stand mit dem Training und worauf bereitest du dich gerade vor und wie zufrieden bist du dann mit deinem aktuellen, ich sag mal, Trainingszustand und wie sind deine Ziele für die nächsten Wochen, Monate und natürlich mit dem ganz großen Ziel? Ja, also ich habe jetzt nach den Olympischen Spielen in Rio ein Jahr Pause gemacht, habe mich dort aufs Studium konzentriert, arbeite jetzt parallel als dualer Student auch bei der Firma Sponsors, bin hier ja auch auf dem Spobis selbst aktiv und unterstütze hier das Team, die ja eine tolle Arbeit leisten, glaube ich, eine tolle Veranstaltung. Ja, mein Ziel, habe ich mir auch mal ganz klar gesetzt, ist Tokio 2020, die letzten Olympischen Spiele dann für mich, das wären dann meine Dritten und das Training läuft jetzt schon seit gut drei, vier Monaten, bin wieder voll integriert auch im Team, war jetzt schon über Neujahr schon mit der Mannschaft im Athletiklager, im Skilanglaufen in St. Moritz, bin da zwei bis dreimal am Tag beim Training und das Ziel ist ganz klar ausgerechnet in diesem Jahr 2018 auf die Weltmeisterschaften, die haben wir Mitte September in Bulgarien, da ist jetzt mal alles dran, drauf ausgelegt und ich hoffe, dass ich mich wieder für den Achter qualifizieren kann, um dann das große Ziel Tokio anzugehen. Also ich und wir alle von der Spobis drücken natürlich die Daumen, großen Respekt hier, Sponsors hat auch noch Athleten, die auch noch Kopf haben und davon brauchen wir mehr, deshalb alles, alles Gute, ich drücke dir die Daumen und freue uns auf die Public Group. Danke. 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 Tschüss. Musik Musik